so willkommen zur nächsten folge jetzt muss der sache hallo genau wir fahren von katowitsch nach wien ist richtig thomas fährt voraus ich fahre in der mitte und max ist mein begleitfahrzeug weil überbräune und so ja nicht was ich weiß du musst ein auto kaufen genau auf den auto auf der kraft kostet sie Prozent von der Tausendung und die jetzt warten weil sie erhältlich und schloss ja hier ist man in jeder Stadten wo ist er ruhig meint guck auf die Karte ich weiß noch nicht was du tust ja ich wollte eigentlich innerhalb der heimsten und wegen hier ist jeder ein ist nirgendwo einer hier ist keiner lustig dann kauf halt online dann kauft ihr die Garage kauf online eine und lasst ihn da hin liefern ne jetzt mach mal jetzt mach mal fertig hier können wir in der nächsten Folge machen in der 100 weil ich in dieser Folge zu erfahrt ich werde wozu müssen sich immer in der nächsten Folge er ist beim nächsten aufnehmen also wie ist er die Stadte heute wenn ich mir dieses Wort das war Signalton bei jeder Kreuzung ja genau bei ihm muss vorausfahren und ihre Kreuzung sperren wenn er auf und so der Kurve er ist ja auch immer ich habe ich damals Prozent und Dominik macht es nicht so ein Schwertransport genau letztendlich Schwertransport oder so weil ich mir übelst eine von uns beide überhinten und einer von uns beide in vorne und dann ne mach ich die extra Platz wird sich verarschen ich hab gedacht du bleibst da bevor ich der neue Fahrer nein fahr ich lieber runter fährst du Thomas sonst so rein wie bei mir oder was? nee nee ich bin ja nicht mit Vollgas 100 fahren achso nie schon nee 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 mit Vollgas oh na na nee 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 weiß was wir hätten weißt was man machen könnte dann? jetzt kommt jeder holt sich so einen krassen Aufliegen wie du hast wo irgendwas richtig fettes drauf ist, Bagger oder so, keine Ahnung dann machen wir es wie die einen Spaß wo wir noch damals gesehen haben wo du die ganze Straße geschmettert hast ja hier äh äh straßentests oder irgendwie sowas ja ne was war das äh war auch noch irgendwie LKW-Testing oder so ja irgendwas haben die da getestet LKW-Testing oder so riesen probabilities die ist kommst du vorbei? ich schon, ja du auch ja es ist eine gute Ankündigung Koffe Thomas, wie schnell fährst du? Ich geb grad Gas und bin gleich auf 120 Ich bin grad bei 130 Dann komm ich mal näher Was hab ich gewonnen? Warte, Max, bleib mal kurz hinten Ich fahr mal kurz vor zu Thomas und hol mir meinen Cola-Keks ab Ja genau Komm, warte ich mal um zu nehmen Ich schau mal meinen Cola-Keks ab Ja genau, gehts fest auf Das haben wir mal beim Truck-Testing gemacht, ne? Noch ne ganze Packung Kekse Bist du neben hier richtig? Nein, tic Oh Perfekt Perfekt Warte, wir mussten ein bisschen länger machen Ach ja 300 Kilometer haben wir ja noch Zeit, also von daher Ja hier hab noch draußen Warte, ich geb ihn dir, ich geb ihn dir, ich geb ihn dir Nein Oh mein Gott, nein, nein, tut mir leid 33,11 Wurde, ich hab noch aus Travat gesteppt dann, wer kommt mit? Komm mal alleine Und da geb ich dir dann nix Das Essen klingt doch gut Das Essen klingt doch gut Ey 100,100, ernsthaft Was bei dir? Ich hab am Hänger genau ein Drittel von dem, was ich an der Zugmaschine hab Leicht 33,11 Ich hab nochmal abschleppen lassen Weil der irgendwie grad umgepackt hat Jetzt Nein, ich will mich nicht nach Ostrava bringen lassen Ich will mich reparieren lassen, blöder Penner Hallo? Hi Ja, seit mal ruhig Jetzt Jetzt Ich fahr mir vor Ort mit 100 Prozent Scham Ja, hat's dir schon mal gemacht Ich werd nur aufs Icon wieder auf Er ist umgebracht, umgebracht Ja, jetzt Juck, jetzt Thomas, ich dachte du wolltest fertig werden Ja, Mensch schief als ich glaube wenn du preis gewinnt sind wegen dann wo muss man sich nicht an nimmst von mir aus geht es zu rechts also straße sperren mehr als trocken aber ich habe vorbeigeschoppt jetzt ist aber wird es auskultet bei rot noch gegenverkehrige machen er hatte oder und dass ich einfach durch kommen die gut gebetet und die vier Jahre zu können auf damit durch das nächste Semos der bald ist er wieder so weit ja soll soweit sein Schule also Geht's dann auf die Prüfungen bis das Werkstück glüht Oha Geh geschweißen oder was? Leucht bis das Werkstück glüht ja bis es Gebrot leuchtet ne bis die Elektrode glüht die Elektrode glüht bis die Elektrode glüht das ist aber wie zu spät zu schweißen das ist vergabelt da wächst schon Moos drauf wenn die Elektrode glüht klar ich will auch ein Geh NEIN 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 Geh weg Scheiße Oh Mann Ihr Pfeifen Thomas was ich hab 4 Prozent ich hab ein Prozent und ich hab drei wenn mich jetzt nichts die Leitplanung Dominik ist scheiße heilig ausgarten Dach ja ich kann nicht nach vorne ich kann nicht nach hinten aber ich habe zu hohen nein ich war festgehangen an der Leitplanung mit dem Auflieger ja nein guckst du in den Videos siehst du nix kommen nach hinten weil ich guckst du in die Videos siehst du nix hehehe 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 ich dachte du wolltest doch dein Keks haben ja wieder schon ja nee hast du vergessen komm doch ja ich komm jetzt auch nee danke ne hehehe lege nebenbei äh NEIN oh Gott hehehe 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 ne aber das war nur der war nur der war nur jetzt ein Abpraller nur von Dunning jetzt hab ich 16 16 jetzt hab ich zu 7 ne ich hab 9 läuft bei euch hehehe ok jetzt aber richtig ich werde es doch wohl was schaffen ey das wir nebeneinander fahren hehehe hehehe ich wollte nur mit nur seinen Keks suchen geht's gehen hehehe ne nur hat er ein ja ich hab meinen noch nicht hehehe ne Max komm mal rechts von Thomas hehehe 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 Thomas so macht man das ohne sich hinzulegen hehehe 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 ich hab 13 100 hehehe Läuft bei dir Läuft so da hinten Thomas bist du Jack Läuft bei dir jetzt hab ich zu 20 Na anstatt mich links zu überholen überholter rechts das geht so nicht doch hast du gesehen äh das darf du nicht das darfst du nicht das darfst du nicht das war Stand das war Standstreifen doch das darf ich auch Standstreifen das nur stehen das nur stehen das nur stehen das würde ja nicht Standstreifen ist na da haben sich schon die Erfinder von dem Namen dabei was gedacht ja 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 vielleicht oder auch nicht eventuell und oben ist eine Statue die habt ihr gar nicht gesehen doch nein ne vielleicht ist sagen was das Wort ne Statur ja ja bestimmt noch Stein ne war sie nicht was war es dann ja weiß ich nicht hehehe aus Texturen vielleicht seltsam davon auch Steintexturen ha hehehe ja darf ich jetzt links überholen ja links darfst du ja aber rechts nicht hehehe liegen darfst du die Link lange in der Werkstatt Gronkh nächster happen wo ja musst du tanken ne 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 ohne Ah! Monofilf und Sohn! Ja! Ah! So ne Scheiße! Vor allem wenn er rüberziehen und auf den Stand schmeißen! Macht der immer! Ahem! Das macht der ja immer! Ja immer schlimmer! Was hast du jetzt vor? Das ist dir gleich! Äh hä? Äh steht ihr dahinten? Nö! Frag mich grad was der Dominik jetzt macht! Also ich entferne mich von euch wie... Ja weil Dominik stehen bleibt! Ja er ist doch stehen geblieben! Bin ich gerade! Doch! 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 Ja! Falls einfach mal weiter sagen! Nur noch... Hätt bestimmt seine Cheat-Engine angemacht! Habe ich nie! Also jetzt Speedhack! Ja aber leider gar nicht Speedhack! Müssen wir da drüber fahren? Ne ne? Nö! Immer mir nach! Nein oder? Was denn? Jetzt kommt er wieder mit einem Affe-Zahn und ich weiß aber warum! Er hat Speedhack an! Passt! Nennen wir's mal nicht Speedhack! Na doch schon weg! Na doch schon weg! Digga das ist voll des Hecken ne? Ohne Fehlfunktion! Alter verpiss dich von mir! Oh man da müssen wir runter! Nö! Weißig laufen ne? Wir haben noch 137 Kilometer! Nö! Nö! Du fährst ganz schön weit außen, Max! Halt nicht! Scheiße! Ne, ein bisschen fest! Solltest du schon wieder Lampi umarmen? Den Lamping yo! Nicht den Jumping yo, den Lamping yo! Ja, ist halt dumm ne keine Fache! Ja, genau! Nein! Thomas! Ja, so heißt ich! Mann! Lern fahren! Oh, los! Gib mit dem auf der Brücke ab! Das war irgendwie knapp da bei dir, kann das sein! Nein! Komm nicht rüber! Ja, da vorne ist ein Auto! Scheiße! Ich bin ja gerade vor! Äh, was macht denn der da? Den Pfer mal aufdecken! Max kommt jetzt! Mal gucken, ob ich euch einhole. Oder ob es mich liegt. Oder beides. Alter. Wäre lustig, wenn ich euch einhole und dann liegt es mich. Scheiß Muttersprüfung. Ich habe euch schon wieder in die Liste. Da ist einer. Komm den holen wir doch rein. Denk ich mir auch gerade. Der steht. Das Monster. Oh, leck. Ja, mein Notfall. Komm, Dobi. Ich habe wieder versucht zu überholen, aber er macht ihn nicht less. Oder er traut sich einfach nicht. Ein Wölbelein. Alter. Wie du da hinten auf dem grünen Streifen rumrast. Alter, in Ruhe. Max, bitte aufhören. Dankeschön. Hey. Der Typ ist weg. Warum Thomas nicht? Ich habe die ganze Zeit schon gehoppt. Ja. In die ganze Zeit. Jetzt bin ich aber da. Jetzt wird nicht mehr geguckt. Was für dich, Thomas? Oholol. Oholol. Äh, warte, ich habe alles unter Kontrolle. Wer jetzt umgekippt. Das war zu weit. Das war mit Absicht. Ja, waarte, kommt hier direkt drüber. Ja. Nog'n Stück. Nog'n Stück. Nog'n Stück. Nog'n Stück. Nog'n Stück. Hey, wir müssen nach rechts. Ach du scheiß, ich bin jetzt auch falsch in dir. Oh man Thomas. Ha 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 ha. Oh, man Thomas. Hey, einmal mit Profis arbeiten ey. Brauchst du nicht. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Was ist das bei dir rumheult? Wer heult? Nein, das ist rot. Nein. Juck mich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Guck mal. Ich habe meinen aufgebockt. Max, ich habe ihn aufgebockt. Mutter Check, gell? Lalalalalalalalalalalal Ja ist gut, ich hab 100% gewählt! Lalalalalalalal Alter Maul Mensch du bist gemein Junge ich hatte 100% damit hätte ich hier nichts mehr vorkommen Dann hätte ich hier nur 61 Hab mich an, halt Lalalalalala Steht einfach in mir Na ich steh nur auf, dieses Mal Ich war schon die ganze Zeit vor euch hier Oh, Folihändler Was? Folihändler Nein Na, der Beste war kein Folih Apul Cool läuft bei dem hier im Besitz und aufgedeckt auch jetzt Apul, Apul, Apul Atul Apul 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 Ja, alles gut, wir wissen das du da bist Das ist immer nur ein Fahr-Ding. Ja, die Schnauze! Ah, hat sich noch mehr rundum leuchten, Colt. Karasaduk. Karasaduk. Oh, da aus. Ich bin schon lang Colt, aber okay. Wie du es nicht mitkriegst. Hab's halt jetzt erst gern, Mensch. Hab halt vorher nicht drauf geachtet, Mensch. Hat am Maul. Du merkst, was du bist scheiße. Du merkst, was du bist scheiße. Guck deinen Motor an, guck meinen Motor an und halt den Maul. Du merkst, was du bist scheiße. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem beschissenen Mats. Und die Schnauze. Und dem beschissenen Dominik. Nee, der bleibt weg. Hoffentlich. Bin nur ich da. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.